okay also wir sind da und die kommen von da gut ja wie mache ich das am besten erstmal hier eine ganze reihe hinstellen ich sehe schon das wird eine schwere runde das wird eine sehr schwere runde ich glaube meine position ist nicht gerade perfekt würde ich behaupten der erste schon fast tot nicht gut gar nicht gut da kommt der erste schon an der erste ist teuer schon oh mein gott hilfe ricky ricky ja gut den ersten ricky haben wir hier gibt es aber auch keine pakete ne gibt es nicht alter schade ok wiki komm mal da unten hin du gehst nach oben also momentan sieht es ja eigentlich noch sehr gut aus sparen wir auf den zweiten ricky go 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 yes der zweite ricky ist da aber trotzdem sieht das momentan noch nicht so doll aus tut mir leid ich bin ein bisschen erkältet gerade schon wieder das hört man wahrscheinlich spreche ziemlich aus der nase passiert halt ist auch eine relativ wirklich spontane aufnahme die ich jetzt hier mache also ohne irgendwie überlegen oder sonstwas einfach sag ich mal los ich nehme jetzt mal eine stunde auf fertig passt gerade zeitlich gut hab sogar eine stunde wert ist noch nicht mal klar vielleicht sogar nur eine halbe muss ich sehen ich spare jetzt auf den fred mal dass die da ein bisschen vereist werden gehst du mal dahin und der fred kommt rein so und jetzt würde ich sagen sieht die situation langsam ein bisschen besser aus würde ich zumindest behaupten kommst du mal da ich packe noch einen zweiten fred hier hin packt die krill schon mal nach hinten ich hab ne idee na lass ich noch wenn wir jetzt noch weiter gute karakter können wir die krill ja alle nach da hinten schicken dann würden die uns zumindest mehr helfen als wir hier gerade oh 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 unser rocket wird hier ziemlich angegriffen oder rutschi ja gesagt gar nicht gut ok dann packe ich die jetzt doch nach hinten ah los wie wichtig wichtig richtig wunde 12 waa 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 motie wäre vielleicht auch gar nicht schlecht hier für die gerade linie Der müsste auf jeden Fall treffen eigentlich Würde ich jetzt mal behaupten Oder er trifft dann natürlich unten rauf Oder dagegen Denn es natürlich, ja Ich sag dazu nichts So, da kommen unsere vier tapferen Hilden Die wahrscheinlich gleich die Tod sehen werden Toll, unser Mutti trifft nicht, aber wird getroffen Toll So war das nicht geplant Ja, es sieht schon besser aus So eine Reichweite reicht wahrscheinlich nicht, ne? Ah, was? Doch, könnte reich nicht Könnte reich nicht Jetzt werden das so nämlich auch mal gut Weil hier ist ja ziemlich eng Da wäre die Zielgenauigkeit gar nicht mal so schlecht Ja, wo gehst du hin? Da sollst du hin Heilige Kronade, will er weglaufen Glaubst du nicht? Oh, ein Kult ist schon gestorben So, soll ich jetzt so ein Rutschi? Soll ich nicht Weiß nicht, ich glaube, auf Mike spare ich heiler So brauchen wir heiler hier vielleicht Das ist immer Gar nicht so schlecht Andererseits denke ich Lass du wäre auch nochmal gut Noch den zweiten Hier sind sie ausnahmsweise mal gut Also, glaube ich würde mal sagen In der Stellung Der sie jetzt stehen Oh, wir haben ein Rutschi verloren Oh, Backe, das ist gar nicht gut Gar nicht gut Rutschi Kommt zurück Nur gut, da ist ein neuer Oh, die werden hier richtig Die sind ja richtig hier eingereist Die können sich ja überhaupt nicht mehr bewegen Geil Genial Können sich hier eigentlich selbst verbrennen? Ist ja sehr schön Weil dann würden die hier locker rauf gehen Oh, jetzt kommt ein Boss Jetzt wird's spannend Eieieieieiei Oh, 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 oh Volltreffer Naja wohl Doch Volltreffer, ja Verdammt Unser Rutschi ist gleich schon wieder tot Nein Da kommt noch ein zweites Mike, wir brauchen deine Hilfe Oh, 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 oh Scheuer, Mist Was machen wir denn jetzt? Also erstmal ein Mike rein Auf jeden Fall Damit die Resting geheilt werden Da müssen wir gleich ganz schnell Witchies reinpacken Wieder Oh, 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 oh Das sieht jetzt ziemlich schwarz aus Obwohl wir sind 20. Runde Ich hab die letzte Runde schon mal eingeläutet So wird's spannender, Leute Äh Oh, oh Da kommt wieder Ein Boss Wir haben immer noch nicht genug Geld Für überhaupt ein Witchie Verdammt Na los, Witchie Rein, rein, rein Lauf, 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 lauf Oh, 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 oh los los ob er das sieht ja sieg gewonnen platte oder platinum eigentlich platin egal haben wir geschafft habe ich er kann sogar bewerten ja lass ich mal lieber sehr schön nächste runde von wird sagen wir machen auch mal wieder in anderen farbe grün gegen gelb die karte sieht ein bisschen weiß ich nicht aus noch mal sehen wir stehen auch noch unten aber haben schon die idee da habe ich eigentlich tatsächlich ob es klappt oder nicht ich habe die idee ich glaube das ding haben schon so gut wie im kasten wenn das hinhaut heißt das okay die karte sieht so aus von oben schön eine pyramide nur irgendwie falsch rum man kann auch sagen eine arena hätten die da noch auf den anderen vier seiten so gebaut da ist eine fußball arena eine mini fußball arena geworden okay und da laufen die ersten runter unsere motis müssen sie erst mal aufhalten und dass sie das glaube ich noch nicht haltet die plus auf ich war gleich auf moti weil die motis können uns jedes mal gute dienste glaube ich sogar leisten komm 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 21 haben wir los los 26 27 30 zack moti rein mit dir so die mit dem katapult geschossen sie könnten sehr gut glaube ich von der position aus feuer nach oben sie werden sie zumindest auch nicht daneben treffen und da seht ihr schon und so viel ich weiß das was liegen bleibt das macht den hinteren die da reinlaufen auch noch schaden das heißt exzellent einfach das ding könnte leicht werden aber ich sage es könnte nur leicht werden ich bin mir da natürlich nicht sicher und ich weiß noch nicht ob es hinhaut aber ich hoffe einfach mal ich hoffe einfach mal dass es hinhaut die hinsen so neuer muti der kommt dahin